hallo ihr lieben schön dass ihr wieder dabei seid wir werden heute wieder mal eine runde kolorieren bzw ich werde kolorieren und ihr dürft zuschauen denn bei instagram war nachdem ich meine gnome karte für den sketchbeitrag von kreativ bunt gezeigt hatte die nachfrage wie man denn holz koloriert also ich zeige euch mal die karte noch mal ganz enorm und da haben sich einige gewünscht dass ich das mal zeige denn bei dieser karte habe ich mit den zick stiften und mit dem polychromus gearbeitet um auch dieses holz so realistisch wie möglich hinzubekommen und deswegen habe ich mir gedacht zeige ich euch das noch mal wie ich das gemacht habe auch gleich mit dem hintergedanken da ich ja ganz oft mittlerweile die zick stifte und die polychromus kombiniere um euch das auch einfach mal zu zeigen wie super das funktioniert und welche tollen ergebnisse man erzielen kann genau deswegen geht es heute in dem video um quasi das kolorieren von holz dafür habe ich mir hier diesen stempel der gnome in der hammock rausgesucht von stamping bella da gibt es hier eben auch ein bisschen holz und ist auch ein super schönes frühlingsmotiv wo ich dann auch wieder vielleicht für eine osterkarte benutzen kann deswegen habe ich gedacht kolorieren wir das mal zusammen und dann habe ich mir schon wieder für euch eine kleine handskizze vorbereitet indem ich euch so wieder ein bisschen grob skizziert habe wo ich versuchen werde schatten einzuarbeiten die sonne soll ein bisschen schräg stehen das heißt deswegen wird hier hellere bereiche geben und in diesem bereich hier runter wird es dann immer dunkler werden genau die skizze lasse ich wie in anderen kolorationsvideos von mir auch hier oben liegen als kleine orientierungshilfe gestempelt habe ich diesmal mit versafine und zwar mit diesem hier normalerweise stempel ich auch immer sonst mit stetson jetpack nicht pigment aber ich weiß nicht mein stempelkissen ist im moment irgendwie nicht mehr so wirklich saftig obwohl ich es jetzt ein paar mal aufgefüllt habe und deswegen habe ich mir als alternative mal noch das versafine bestellt gehabt das ist das versafine pigment und das funktioniert auch echt super ich habe das schon ein bisschen getestet und das ist halt irgendwie saftiger und die stempelabdrücke sind dadurch einfach im moment schöner als mit dem stetson genau ansonsten habe ich mir hier schon meine zigstifte rausgesucht ich orientiere mich von den farben mal hier an dem stempel das heißt die rote mütze mache ich auch rot dafür habe ich mir rausgesucht das geranium red da die grüntöne habe ich mir rausgesucht von den neuen farben einmal evergreen und einmal most green das sind zwei neue farben für das gesicht habe ich rausgesucht blush und für den baumstamm da bin ich aber noch nicht sicher ob ich beide wirklich benutze einmal mustard und einmal deep brown genau für die blumen und das habe ich jetzt noch nichts rausgesucht das mache ich dann spontan nachher im ersten step soll es ja vor allem auch um das thema holzkolorieren gehen und später dann wenn wir mit den zigstiften fertig sind dann zusätzlich noch mit dem polychromos und da werde ich euch dann natürlich auch noch die entsprechenden farben angeben aber wir starten jetzt erstmal mit den zigstiften denn das ist immer die basis wenn ich mit polychromos und zig arbeite also ich starte immer mit zig nicht mit dem polychromos weil die polychromos einfach wirklich nur für das fine tuning gedacht sind ja ansonsten wer meine kolorations videos schon kennt weiß ich habe hier immer ein bisschen wasser meinen pitello stift precision von der precision series in der größe 0 und ich habe wieder auf meinem florence watercolor paper in 200 gramm smooth weiß gestempelt ja das ein bisschen zu den basics und dann würde ich sagen legen wir los ich starte jetzt tatsächlich mit dem braun für die bäume und da versuche ich jetzt weil ich ja möchte dass die die helle seite hier vorne bleibt einfach erstmal nur ganz hier hinten zu arbeiten und ziehe mir erstmal so ganz grob hier eine linie die ich dann gleich anfangen werde zu vermahlen genau also bei dem holz bei dieser anderen karte war das wirklich so auch das hat mich so ein bisschen an den rand des wahnsinns gebracht muss ich ehrlicherweise zugeben denn holzkolorieren also ich weiß nicht wer schon mal holzkoloriert hat das ist wirklich so eine aufgabe für sich ja also die ganzen holzmaserungen und der baumstern ist ja quasi auch nicht flächig da sind ja durch die rinde ganz viele hochs und tiefs und das irgendwie abzubilden fand ich ehrlich gesagt ziemlich schwer obwohl ich jetzt auch sehr viel koloriere und auch glaube ich mittlerweile ein ganz gutes verständnis so für sowas habe war das für mich trotzdem wirklich sehr sehr schwer ich hoffe auch ich krieg das hier heute gut hin denn das letzte mal war auch das erste mal dass ich holzkoloriert habe und da wollte ich das stempelmotiv gefühlt 100.000 mal in die mülltonne feuern habe es aber glücklicherweise nicht getan denn mit dem endergebnis war ich dann doch echt glücklich auch wenn es sehr lange gedauert hat also ich glaube ich hatte bestimmt drei oder vier stunden an diesem motiv rumgedoktert aber so ist es beim kolorieren das braucht einfach seine zeit damit am ende wirklich gut aussieht und man muss einfach ein bisschen geduldig sein wenn die ergebnis sind dass es dann wirklich schön aussieht kommen halt nicht unbedingt gleich sondern einfach mit jeder schicht die man weiter erarbeitet sozusagen so jetzt habe ich aber noch eins hier auf meinem schreibtisch vergessen das muss man schnell noch holen einen acrylblock denn ich mache das jetzt auch mittlerweile ganz oft so dass ich mir einfach ein bisschen farbe auf den acrylblock gebe weil ich dann einfach noch ein bisschen feiner die farbe abtragen kann und auch gezielter abtragen kann als wenn ich das mit dem stift direkt mache ja aber ihr seht schon dass es ein braun was sich gut vermahlen lässt ich habe ja auch schon in anderen videos auch so zu den zigstiften erklärt dass es farben gibt bei den zigstiften die sich nicht so gut vermahlen lassen und genau ich würde sagen ich gebe jetzt erstmal hier die erste schicht drauf und lasse euch da mal im schnelldurchlauf mit laufen und dann sage ich sehen wir uns bis gleich wie ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht so richtig satt ist mit Farbe, ein bisschen wie so ein helles rosa und das sieht natürlich dann ja für einen Gnom der so eine rote Mütze einfach auf haben soll sieht es dann irgendwie komisch aus wenn das so ein komisches rosa wird. Aber das ist ja das schöne bei den Zickstiften, umso mehr man da ja mit Farbe reingeht umso leuchtender und umso intensiver werden dann die Farben und das Geranium Red ist auch wirklich ein guter Rotton der sich gut vermalen lässt und auch schön intensiv ist. Bei den neuen Zickstiften hatte ich mir auch die Rottöne mitbestellt die neu gekommen sind die lassen sich leider nicht ganz so gut vermalen da gibt es mehr Kanten und das war auch bei den Grautönen so deswegen bleibe ich da bei der bisher altbekannten gut genutzten Farbe aus der Box so jetzt werde ich hier hinten in der Ecke ist halt wirklich ganz dunkel haben dann gehe ich da mit dem Stift direkt rein und dann versuche ich auch nur noch vorne so ein bisschen an der Kante entlang zu gehen mit Wasser damit hinten die Farbe natürlich auch erhalten bleibt. so dann könnten wir weil das ja wieder so ist wenn ich jetzt hier anfangen würde mit dem Rot dann verläuft mir das alles ineinander deswegen muss ich mir jetzt erstmal eine andere Stelle suchen wo ich weiter arbeite und deswegen könnten wir an den Füßen eventuell weitermachen beziehungsweise auch an dem Gesicht, das ist ja relativ schnell gemacht, dann nehme ich jetzt das Blush und gebe mir hier einfach auch ein bisschen Farbe rein und da ist wirklich nachher, ich habe das ja schon öfters gemacht, da gibt es dann so eine schöne Farbe bei den Polychromos und dann kann man richtig schön die Schattierung nach bearbeiten und kann das natürlich viel feiner und filigraner als jetzt mit den Zickstiften, weil wenn man die dann ganz spitz anspitzt, die Polychromos, dann kommt man halt wirklich so ganz sauber in die Ecken und kann dann wirklich sehr schöne Details einfach zeichnen, die man mit den Zick zwar auch hinbekommt, aber ich muss wirklich sagen, mit den Polychromos als Ergänzung filigraner kriegt man es dann meiner Meinung nach auch gar nicht mehr hin, also es gibt ja auch andere die kolorieren, keine Ahnung jetzt mit Copics oder zum Beispiel, die dann auch im Nachgang nochmal mit den Polychromos nacharbeiten, weil das einfach ja einen schönen Effekt gibt. Ja, dann könnte man jetzt das nächste Holzelement nochmal machen. Und ich würde sagen, ich koloriere jetzt das mal so ein bisschen durch im Schnelldurchlauf, ihr könnt ein bisschen zuschauen und dann sehen wir uns dann wieder, wenn, oder hören wir uns dann wieder, wenn ich ein bisschen mehr koloriert habe, sonst herrscht so viel Stille in dem Video. Und genau, also in dem Sinne, bis gleich! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! So, da bin ich einmal wieder zurück. Ich habe jetzt hier mal so ganz grob, ja, ich nenne es ja immer Basis, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst nennen soll, also einmal mit den Zickstiften auf jeden Fall mal grob koloriert. Und das sieht auch erstmal so nicht schlecht aus, aber ich finde einfach, es fehlen noch die Details und die Schattierungen sind so in Ansätzen da, aber ich weiß einfach, dass ich mit dem Polychromos da einfach noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und deswegen habe ich mir jetzt mal hier die Polychromos rausgeholt, habe mir für den Baumstamm mal vier Brauntöne rausgeholt, aber weiß noch nicht, ob das genau die sein werden, weil ich das dann immer sehe, wenn ich es probiere. Und zwar habe ich mir jetzt rausgesucht, die 283 Burnt Sienna, dann die 280 Burnt Amber und dann die 177 Walnut Brown und die 187 Burnt Ochre. Genau. Damit werde ich es auf jeden Fall mal versuchen. Mit einem ganz hellen Ton habe ich mir hier Ivory rausgesucht, weil das halt nicht ganz weiß ist, aber ich habe weiß hier auch noch nebenliegen, weil ich habe hier auch schon die Rottöne rausgesucht. Aber wie gesagt, ich habe hier ja auch noch meine Palette und eventuell zwitzig dann nochmal, aber wir probieren es jetzt erstmal so. Ich würde jetzt anfangen mit dem Umbra Gebrannt Burnt Amber 280, hier mal, weil es der dunkelste Ton ist, hier mal reinzugehen und hier mal so ein bisschen dieses Dunkle noch zu intensivieren. Und einfach, dass hier wirklich die Kante sauber ist und genau, da gehe ich jetzt mit so leichten, kreisenden Bewegungen drüber. Hier vorne nochmal, weil hier habe ich es einfach mit dem Stickstift nicht so sauber hinbekommen. So, und dann habe ich mir jetzt hier schon das Ivory rausgesucht und versuche das schon so ein bisschen auch zu verblenden. Ich merke aber, dass ich hier noch zu hell bin und gehe jetzt hier mal mit dem Ocker rein und einfach um hier so ein bisschen, also wirklich nur so ganz leicht, dass hier noch so eine andere Farbabstufung abgegeben wird, damit es nicht so gleichwertig aussieht, weil ein Baumstamm hat ja eigentlich auch mehrere Braunuancen und das versuche ich hier jetzt einfach auch so ein bisschen, ja, wiederzugeben, wiederzuspiegeln. Und ihr seht schon, die Polychromos legen sich, also ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber die legen sich einfach so schön schon über diese Farben drüber, dass sie sehr intensiv schon wieder rauskommen. Jetzt gehe ich hier nochmal mit dem Dunkleren rein, damit sich das einfach ein bisschen besser vermischt. Und wichtig ist hier, dass ihr nicht zu feste aufdrückt, ne, also die Polychromos sind ja auf Ölbasis, das heißt, die legen sich da wirklich drüber und wenn man da halt einfach zu viel Farbe aufgibt, dann, ja, versaut man sich's halt einfach. Und jetzt versuche ich hier einfach ein bisschen aus diesem ganzen Holzthema hier so ein bisschen Tiefe rauszuholen, damit es nicht mehr nur so, ja, so platt wirkt. Weil ich finde, das halt, macht's ja einfach bei der Koloration aus, dass es so ein bisschen lebendig wird. Und das erreicht man eben über dieses Schattieren und Schichten, wie ich das immer nenne. Und, ähm, ja, einfach so ein bisschen jetzt erstmal so Verläufe. Hier sind noch sehr, sehr helle Stellen, da gehe ich dann nochmal ganz leicht drüber. Jetzt, sag ich euch das schon mal so, das ist schon mal so Step 1, sag ich mal, ne. Also wir haben jetzt so ein bisschen noch die Tiefe intensiviert. Und jetzt, damit der Baumstamm auch noch so ein bisschen diese holzige Struktur bekommt, gehe ich jetzt hier einfach auch so ein bisschen mit so Linien und einfach so ganz unregelmäßig so da ein bisschen und hier ein bisschen einfach rein und versuche so ein bisschen die Holzstruktur, also so Rinde und sowas einfach mal darzustellen. Das finde ich zum Beispiel nicht ganz einfach, weil, ja, das ist so ein bisschen halt Bauchgefühl. Und, ähm, aber im Endeffekt, so wie ihr das seht, ich gehe einfach nur mit so gestrichelten Linien rein, um einfach so ein bisschen dieses Holz wiederzugeben, damit das eben nicht nur so eine Fläche ist. Weil vorher mit den Zickstiften war es halt irgendwie nur wie so eine Fläche. Und in dem Moment, wo ich jetzt hier diese Holzmaserung, Rinde, reingebe, bekommt es halt wirklich dann dieses Lebendige. Ja, und da muss ich tatsächlich schon sagen, ich finde das jetzt hier eigentlich schon gar nicht so schlecht. Dann gebe ich mit diesem Ivory-Stift einfach nochmal so helle Lichtreflexe rein. Wenn ich jetzt hier merke, okay, das ist noch zu hell an dieser Stelle oder hier vorne an dieser Kante, dann kann ich da auch nochmal mit dem Polychromo-Stift nacharbeiten, weil ich halt einmal, ähm, wie soll ich das sagen, also einmal gehe ich halt sehr sanft rein und einmal mache ich sehr harte Striche. Und in dem Moment, wo ich diese harten Striche mache, ähm, kann ich dann auch einfach nochmal ganz leicht drüber gehen, weil, ähm, diese harten Kanten einfach erhalten bleiben. Das ist auch ein bisschen, ähm, nicht so einfach zu erklären, muss ich sagen, weil, ähm, ja, weil Holz, wie gesagt, ist so eine Struktur, die lebt halt von den Tiefen halt auch, der Rinde und, ja. Also es ist auch für mich nach wie vor nicht einfach, das richtig darzustellen. Und das ist auch Geschmackssache, andere machen es wahrscheinlich nochmal ganz anders da. Aber für mich ist es so eine Technik, wo ich jetzt sage, ja, das gefällt mir so, sieht auch nicht ganz, äh, verkehrt aus. Und, ähm, ja, ich habe jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen versucht, hier so, weil das ja so vorsteht, einfach so ein bisschen anzudeuten, mit einer leichten Schattierung, dass das hier so einfach raussteht. Und wenn ich jetzt hier das Gefühl habe, mir ist dieser weiße Strich doch zu dominant, dann gehe ich hier einfach nochmal so leicht drüber. Und hier oben versuche ich es dann nochmal ein bisschen heller zu machen. Aber tatsächlich, muss ich sagen, würde ich das jetzt so schon lassen. Also, ich finde, das kann man schon als Holzstamm durchgehen lassen. Ja, und wenn ihr jetzt so zum Vergleich den hier neben seht, dann, finde ich, sieht man schon einen Unterschied, dass hier das einfach mehr nach Holz aussieht. Und hier ist es einfach noch sehr, sehr flächig. Ich hoffe, man versteht einigermaßen, wie ich es meine. Es ist, ja, fällt mir im Moment tatsächlich ein bisschen schwer, auch das genau zu erklären. Aber, genau, könnt mir auch einfach mal in den Kommentaren noch reinschreiben, ob das einigermaßen verständlich war oder ob ihr sagt, nee, das hat sie diesmal irgendwie komisch erklärt. So, und hier hinten ist ja, weil wir ja gesagt haben, hier nach unserer Skizze, das Licht fällt so, ist hier nach hinten natürlich ganz dunkel, der Stamm. Und hat eigentlich so keine hellen Lichtreflexe. Deswegen kann ich den hier schon sehr, sehr dunkel machen. Hier habe ich ihn ein bisschen hell hier vorne gelassen, weil das so sein soll, dass die Sonne hier so ein bisschen durch scheint. Und deswegen ist hier so ein bisschen heller angedeutet. Und weil das jetzt hier so dunkel ist, dann gehe ich jetzt hier mit dem dunkelsten, den ich mir rausgesucht hatte, und dieses Walnuss, versuche jetzt hier auch noch diese Struktur ein bisschen reinzugeben. aber es ist natürlich hier hinten nochmal wesentlich schwieriger, weil man da jetzt ja quasi fast nichts sieht. Aber, ich hoffe, man erkennt es einigermaßen, durch dieses leichte Stricheln hat es trotzdem jetzt mehr Struktur bekommen. Ja, und dann würde ich jetzt hier nur noch so ein bisschen gucken, dass es hier nicht so ganz hell ist, weil es natürlich auch auf der Rückseite ist und trotzdem dunkel. Aber damit man es noch sieht, lasse ich es halt trotzdem ein bisschen heller. Und dann wäre für mich das Holz hier an der Stelle schon absolut in Ordnung, würde ich auch so lassen. Und hier unten jetzt zum Beispiel kann man nochmal ein bisschen dunkler sein, weil das halt wirklich komplett im Schatten ist und man da eigentlich nicht so den Stamm heller sieht. Es ist halt auch wichtig, dass man eben auch mit verschiedenen Brauntönen arbeitet. Das ergibt eben am Ende auch diesen Verlauf. Es ist allein auch dem geschuldet, weil ich hier jetzt mit verschiedenen Brauntönen arbeite. Natürlich, wenn man das jetzt so sieht, sieht man zwischen den beiden kaum einen Unterschied, aber von der Abstufung hier sieht man schon, dass das der hellere Mittel und dass das die dunklen Töne sind. Also deswegen, ich sage ja auch immer, wenn ich koloriere, braucht man mindestens drei bis vier Farbabstufungen, um schöne Ergebnisse zu bekommen. Genau, dann würde ich tatsächlich mit der Mütze weitermachen. Und zwar habe ich mir hier jetzt auch diese drei Rohtöne und Weiß ausgesucht. Kann auch sein, dass ich das Weiß wieder durch das Ivory ersetze. Das ist immer so, wie es dann rüberkommt. Das letzte Mal bei der anderen Karte hatte ich aber, glaube ich, auch Weiß genommen. Deswegen probiere ich es nochmal mit Weiß. Und hier habe ich als Rotton Cadmiumrot Mittel 217, dann Dunkelrot in 225 und Permanent Karmin in 126. Also das würde ich jetzt mal versuchen, weil ich möchte mir natürlich jetzt hier auch diese helle Farbe nicht so arg dunkel machen, aber trotzdem versuchen, das Rot noch ein bisschen gleichmäßiger hinzubekommen, weil es mir noch zu fleckig ist und auch noch nicht intensiv genug. Und deswegen starte ich jetzt hier mal mit dem Permanent Karmin, weil das war jetzt von den Rottönen der hellere Ton. Und dann gehe ich jetzt hier einfach auch mit zuerst mal leichten, kreisenden Bewegungen so drüber. Und ich finde schon, dass man, wenn man nur einmal so leicht drüber gegangen ist, man sieht schon, dass da eine richtig tolle Struktur entsteht. Und wenn ich jetzt mit dem Weiß hier nochmal reingehe, dann bekomme ich das auch hin, dass sich das A nochmal mehr verblendet und dass ich hier nochmal so diesen Lichtpunkt rausarbeiten kann, weil dieses Weiß auch wirklich sehr deckend ist und einfach deckt und sich auch gut vermischen lässt mit diesem Rot von eben. Und ich habe da ja noch gar nicht drauf gedrückt, also keinen Druck ausgeübt und deswegen lässt sich das richtig gut verarbeiten. Jetzt nehme ich die nächste Rotabstufung, das ist dunkelrot und da fange ich jetzt hier hinten an, weil das soll ja hier hinten wirklich dunkel sein und soll sich ja dann so auslaufen. Deswegen gehe ich hier hinten auch schon mit mehr Druck rein als jetzt davor. Und dann gehe ich hier so leicht wieder über die Kante, damit sich das vermischen kann. So, okay. Also das finde ich jetzt auch, jetzt sieht man auch so ein bisschen den Unterschied. Also mit den Polychromos werden halt auch die Töne satter. Also das ist hier jetzt ja noch so leuchtend, aber es hat irgendwie noch nicht so viel Tiefe und das bekommt man einfach hin mit den Polychromos. Also ich weiß, ich wiederhole mich heute auch, aber ich kann es leider nicht anders sagen. Es ist wirklich, dass man mit den Polychromos einfach wunderschöne Tiefen einarbeiten kann, die man sonst halt mit den Zickstiften auch hinbekommt, aber einfach nicht so detailliert. Und wenn man das jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen zu rosastichig ist, dann gehe ich da halt auch nochmal flächig drüber. Und auch hier, wenn ihr mit zwei Rottönen zum Beispiel arbeitet, und dann zum Beispiel auch hier so wieder drüber geht, dann fangen auch an, die Farben sich zu vermischen. Also dadurch, dass die halt sehr deckend sind, kann man die auch mischen und bekommt dann sogar manchmal eine richtig tolle neue Farbe, je nachdem, wie intensiv man das macht. Und das finde ich auch überhaupt so an dem Polychromos, das Mischen ist so eins der Dinge, was ich wirklich richtig toll an den Stiften finde, weil sie, wenn man sie übereinander legt, einfach tolle neue Farben auch rausbekommen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal merke, ich habe eine Kante, die mir nicht so gefällt, muss ich mal kurz hier drüber greifen, dann habe ich hier meinen Radierer. Und dann gehe ich auch manchmal einfach, um das noch besser miteinander zu vermischen, das ist jetzt wirklich ein kleiner Trick, dann gehe ich hier, weil der Radierer dann auch die Farbe so ein bisschen nochmal verwischt, einfach hier so ganz leicht mit dem Radierer drüber. Und dann werden die Kanten noch weicher. Also jetzt ist wirklich perfekter Übergang, würde ich sagen. Man sieht wirklich keine Kante mehr. Man muss nur aufpassen, wenn man den Radierer dann wieder benutzt, muss man ihn vorher mal irgendwo abradieren, weil wenn man jetzt dann die Farbe zum Beispiel eher irgendwo nochmal radiert und da ist noch was dran, dann vermischt sich das. Also man muss das wirklich hier so wieder wegmachen. Ja, und das muss ich auch sagen, wäre jetzt für mich schon ein super Ergebnis jetzt für den Hut. Dann habe ich jetzt hier gerade noch zwei Töne für das Gesicht. Da würde ich einmal beige-rot und einmal zimtbraun nehmen. Und dann kann man nämlich hier gleich nochmal das Gesicht machen. Dann gehe ich jetzt hier auch ganz leicht drüber. Ich bin der erst mit der hellsten Farbe. Und dann versuche ich hier mit diesem Zimtbraun nochmal die Kante aufzunehmen. Und da nehme ich dann jetzt nochmal das Ivory dazu, um das dann hier nochmal ein bisschen zu verblenden. Weil da wäre mir jetzt weiß tatsächlich zu hart. Und ihr seht schon, wie ich hier so ein bisschen mit kreisenden Bewegungen rübergehe, dann gibt der Stift super schön Farbe ab. Und ich kann hier richtig schön verblenden. Und habe ganz, ganz weiche Übergänge. Ich weiß auch nicht, ob das vor allem daran liegt, dass ich halt vorher mit den Zickstiften koloriert habe und da irgendwie schon wie so eine Schicht drauf ist. Aber so Übergänge kriege ich auch nicht unbedingt hin, wenn ich nur mit dem Polychromos koloriere. Sondern dieses wirklich ganz seichte, samtige bekomme ich vor allem hin in dieser Kombination. So, ich zeige es euch nochmal. Also, sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Bei dem Bad zum Beispiel von dem Gnom habe ich auch schon mal so grob die Struktur eingearbeitet. Und das werden wir jetzt verfeinern. Da habe ich hier meine Graupalette. Und dann nehme ich mir hier einmal so ein silbrig-grau. Das ist Kali-grau 3. Ah, nicht Kali-grau. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Kalt-grau 3. Und dann nehme ich mir noch einen hellen. Dann nehme ich Kalt-grau 2. Und dann nehme ich mir noch einen dunkleren. Dann nehme ich dann entweder warm-grau 5. oder 4. Gut, das sehe ich dann noch. Also, das wäre jetzt hier so meine Farbauswahl. Ich starte wieder mit... Diesmal starte ich mit dem mittleren. Und versuche erst mal hier mir so die Schattenbereiche auszuarbeiten. Und da wäre auf jeden Fall hier um die Nase rum. Das erst mal so. Und dann fange ich auch schon an, hier so die Struktur von so Haaren einfach anzudeuten. Also hier oben mache ich es immer so, dass ich ein bisschen flächiger arbeite, weil an der Nase einfach so ein bisschen Schatten ist. Und da sieht man die einzelnen Haare halt nicht so. Und dann gehe ich hier schon mit dem hellen Grau noch mal rein und strichle mir das hier so. Hier kann man jetzt wieder mit Weiß arbeiten, weil das ist ja... Grau und Weiß passt ja gut. So, und jetzt versuche ich... Ich muss euch ein bisschen mal drehen. Jetzt versuche ich einfach hier so... Ich nehme noch mal das andere Grau, das Lässer. Hier einfach so wie so eine Art Bartstruktur. Auch ähnlich wie beim Baumstamm reinzugeben. So, und weil das jetzt... ein bisschen sehr gleichwertig geworden ist, würde ich jetzt noch mal mit dem... ähm... warm Grau 5 versuchen... Ich muss mir den mal kurz anspitzen, der ist vorne sehr breit. Ähm... Ja, kann man auf jeden Fall erst mal so lassen. Und wenn ich jetzt merke, ich habe hier so weiße, helle Stellen, dann gehe ich hier einfach mit diesem hellen Grau und versuche diese ganz weißen Lücken zu schließen. Weil... So ganz weiß wird es dann nirgendwo mehr sein. So, und jetzt habe ich ja zum Beispiel hier die Schuhe. Und die werfen ja auch, weil die Sonne ja von da kommt, Schatten. Also nehme ich mir hier so ein Grau und gehe hier die Kante entlang, damit es hier so ein bisschen aussieht, dass da Schatten drauf fällt. So ganz gut. 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 Also das ist hier so ein bisschen schuldig. Das ist mir jetzt ein bisschen zu dick, die Linie, gehe ich hier nochmal rein, dann nehmen wir das hier nochmal ein bisschen weg. Es ist auch nicht schlimm, wenn da so ein bisschen dann die Farbe oben drüber weggegangen ist, kann ich ganz einfach wieder nacharbeiten. Aber das ist das Gute an den Polychromhus. Man kann halt auch Sachen, die einem nicht gefallen und die einen stören, einfach auch wieder ein bisschen wegradieren. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil. So, und weil der Gnom da ja so ein bisschen in der Hängematte liegt, gibt es halt hier auch irgendwie so eine Schattenkante, so eine leichte. So, den würde ich jetzt erstmal so lassen. Und weil wir schon die Grautöne haben, würde ich jetzt an der Hängematte noch ein bisschen was machen. Was mich ein bisschen vorhin geärgert hatte, mir ist ja da so ein bisschen Farbe reingelaufen und ich habe das nur wieder korrigiert bekommen, indem ich halt hier ein bisschen dunkler geworden bin. Sonst hätte man das gesehen, deswegen muss ich das jetzt hier so ein bisschen aufgreifen und gehe jetzt hier aus der Ecke heraus auch nochmal deutlich dunkler. Seht ihr das eigentlich gut? Ich war hier so vor mich hin und sehe gar nicht so richtig, ob das ihr seht. Und auch hier, ne, hier war ja jetzt eben gerade eine richtig harte Linie und die habe ich jetzt komplett aufgelöst bekommen, weil ich hier mit dem Polychromo drübergegangen bin. Ich kann jetzt auch hier, wenn ich hier mit weiß öfters drübergehe, dann kriege ich das auch ein bisschen wieder heller. Hier auch. Weil ich möchte ja, dass hier so schönes, helles Licht ist. Dass das hier so ein bisschen nach unten hin dunkler wird. Weil hier unten natürlich nicht so das Licht hinkommt. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich mit dem Polychromos dann so nacharbeite, das fühlt sich so an, wie wenn man da so wie mit Butter drüber geht. Das ist echt so, die Farbe wird auf jeden Fall anders da abgegeben, als wenn da keine Zick vorher drunter gewesen wären. Ich meine, das hier ist ja jetzt zum Beispiel auch Aquarellpapier logischerweise, weil die Zickstifte ja mit Wasser vermalt werden. Und die Polychromos sonst mal ich, also koloriere ich ja nicht mit Aquarellpapier, weil Aquarellpapier ja immer eine Struktur hat. Und trotzdem, dass dieses Papier jetzt hier eine Struktur hat, lassen sich die Polychromos super gut verarbeiten und auch vermalen. Ohne dass man jetzt hier diese, wie soll ich sagen, Riffelstruktur sieht. So, das wäre jetzt mal so unten die Hängematte. Jetzt mache ich hier noch die Seiten, die Schlaufen sozusagen. Da versuche ich jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen anzudeuten, dass es hier so, ja wie so eine Falte hat. Aber da habe ich jetzt gerade schon ein bisschen zu viel gemacht. Jetzt nehme ich mir das hier wieder weg. Ich versuche die Kante hier. Also ihr seht auch, ich wechsle ganz, ganz oft die Stifte. Immer hin, her, hin, her. Einfach, weil ich immer sehe, okay, hier muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Und das ist halt so ein Prozess, sage ich mal. Da kommt man aber irgendwann rein. Also man merkt irgendwann, okay, jetzt brauche ich doch mal einen helleren Ton, einen dunkleren Ton. Das ist wirklich Übungssache. Also. 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 Kann man so lassen, denke ich. Könnte jetzt hier, ich bin ja wie immer kleiner Perfektionist. Eine Schicht fehlt mir quasi noch. Es fällt mir noch immer schwer, wenn ich die Kamera an habe. Also hier hinten ist halt wirklich dann so nochmal ein Ticken noch dunkler. Aber nur so der kleine Randbereich hier hinten, wo der Knoten quasi auf dem Holz sitzt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich so kleine Schattierungen hier dann noch habe, dann wird es noch plastischer. Ja. So lasse ich das jetzt mal. Und jetzt habe ich noch auf der anderen Seite. Da habe ich halt wieder das Thema, dass ganz viel verdeckt ist. Und deswegen ist es hier tendenziell ein bisschen anders da wie drüben, ein bisschen dunkler. Aber manchmal setze ich auch einfach Schatten. Überhaupt nicht so, wie sie sein können. Einfach nur, weil es wirklich schöner aussieht. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier ja auch so einen kleinen Lichtpunkt gesetzt. Der wäre da aber so wahrscheinlich nicht. Weil halt das Licht so fällt und es wirklich da einfach dunkel ist. Aber ich setze halt wie gesagt Schatten nach wie es mir gefällt und nicht immer unbedingt wie es realistisch ist. Aber das kann ja auch jeder zum Glück entscheiden, wie er das mag. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Also mit Polychromos auch zu kolorieren ist wirklich ein etwas langwieriger Prozess, weil man extrem oft einfach wieder drüber geht, nochmal nacharbeitet. Und deswegen sage ich immer zu den Leuten, wenn sie mich fragen, man braucht einfach Geduld. Geduld und ja. Die Zeit sich. Damit man einfach, ja wie soll ich sagen, damit man einfach geduldig dann ist, weil man sieht die Ergebnisse halt nun mal nicht sofort bei den Polychromos oder auch hier jetzt mit den Zickstiften, sondern halt nach und nach Schicht für Schicht. Aber dafür sehen die Ergebnisse dann halt auch wirklich immer meiner Meinung nach richtig toll aus. So. Und jetzt fange ich jetzt schon an und gehe nochmal so über einzelne Bereiche drüber, wo mir jetzt zum Beispiel auffällt, okay, das gefällt mir noch nicht, das ist mir noch zu platt, nicht plastisch genug. Zum Beispiel jetzt hier an der Nase fehlt mir einfach jetzt so ein bisschen dieser Schatten, der da noch ist oder auch hier die Kante. Ja, aber für den Step, dass ich euch ja gesagt habe, ich möchte euch mal zeigen, wie ich mit Holz koloriere, habe ich euch ja jetzt quasi mal gezeigt, wie das ungefähr geht. Und ich würde einfach den Knom hier jetzt mal in Ruhe quasi ohne Kamera fertig machen und euch am Ende dann einfach nochmal das Endergebnis zeigen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin einmal zurück. Ich habe den Stempel jetzt fertig koloriert und das hat dann doch nochmal eine Weile gedauert, aber das ist jetzt mein Endergebnis. Ich habe dann nochmal ein bisschen die Blumen gemacht, ein bisschen das Gras und einfach so den Feinschliff, weil wenn ich halt hier die Kamera vor der Nase habe, kann ich das nicht so gut sehen, wie wenn ich das dann nochmal in Ruhe nacharbeiten kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt das Ergebnis und nochmal so ein bisschen zu vergleichen. Das ist so vom Stempelset selber so das Bild und dann das, was ich jetzt draus gemacht habe und ich finde, das sieht schon ganz ähnlich aus. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was draus lernen und für euch mitnehmen. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und genießt doch euer Wochenende. Macht's gut! Und ja, dann sage ich auf jeden Fall mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall.